Ähm... Wird nicht besser mit dem Jahr. Meinst du? Ich hab's dir sagt... Victor Schanz hat da jetzt mein Angebot aus Hannover. Victor Schanz... Ach, das ist ein Logo wahrscheinlich, oder? Victor Schanz hat eine Kamera gemacht. Ich mach einfach mal hier oben rum. Lieber Victor, vielen Dank, dass du das so großzügig zugeklickt hast. Heute liest du mal vor. Heute lese ich's mal vor. Hallo Ben, hallo Amanda. Ich wollte euch einen Teil meiner Arbeit vorstellen. Ich mache hauptsächlich Konzertfotos und begleite Bands auf Tour. Im Januar ist das Buch mit Kali Chon erschienen, die ich in den letzten zwei Jahren begleitet habe. Viel Spaß damit, Victor. Victor Schanz. Kennst du Kali Chon? Ja. Echt? Was machen die für Musik? Punkcore? Ähm... Puh... Ja, ich glaub schon so Richtung Hardcore, ne? Aber ich bin da auch nicht so... Ich bin nicht so safe darin. Was haben wir denn hier alles? Victor, ich find's übrigens geil, dass du uns... Boah, die sind sogar transparent. Sticker schickst. Guck mal, wir haben hier Fotos und ein Buch. Wir machen das Buch zuerst. Ja? Okay. Ach, das ist das offizielle Kali Chon Buch. Der ist auch in der CD drin. Wow. Krass. Also wahrscheinlich mit Live-DVD oder irgendwie so. Okay, okay, okay. Gut, Papier etc. lag wahrscheinlich nicht in deiner Macht, das auszuwählen. Da hätte ich mich wahrscheinlich für ein anderes entschieden. Das ist mir ein bisschen zu dünn und zu glänzend. Da siehst du nämlich bei den Schwarzstellen überall die Patscher. Okay. Okay, also ganz viel, auf jeden Fall ganz viel Reportage und Konzert. Also ich find's bisher, ich find's eigentlich immer cool, wenn du so Reportage hast und diese ganzen... Ah, das ist ein Mega-Foto. Mega-gut. Deswegen bin ich da sowieso immer voll auf deiner Seite. Nee, ist voll rund. Also ähm... Hammer. Gefällt mir sehr gut. Ganz toll. Auch sowas, ne? Es ist halt so ne typische Band-Geschichte. Was ich natürlich extrem hasse, das ist doch quadratisch, ne? Ich hasse quadratische Bücher. Ja, was ich soll, denk ich mal wegen Platte und CD oder was, ne? War vielleicht auch bei der Vinyl dabei, wer weiß das schon. Aber ähm... Da darfst du am Ende ja sowieso nicht mehr... Da darfst du nicht mitreden. Ja, schick. Nee, aber auf jeden Fall sehr authentisch und sehr ähm... Und vor allem eine runde Arbeit, also konzeptionell passend. Ist echt rund. Und hier auch mit diesem matten Finish außen vom Buch. Gute Arbeit. Dann gucken wir mal, was hier in diesem geilen Umstand drin ist. Ein paar Kennenprints. Haha. Das sind... Die kommen aus dem, äh... Selfie, Shelby, whatever. Weil die haben hier oben immer den Knickrand zum Abbrechen. Geiler Drucker übrigens. Okay. Ja, das... Das sind dann einfach nochmal zusätzliche, ne? Ja, das... Das sind dann einfach nochmal zusätzliche, ne? Ja, ich brauch gar nicht weiter gucken. Ich seh schon das mega, gar nicht Selfie. Ich glaub, da koste so... Also, die Bearbeitung gefällt mir auch. Ja. Betonung und so. Aber sie, vor allem... Ach, guck mal hier. Aber glänzend mag ich ja einfach nicht. Ich auch nicht. Es gibt aber auch... Ich glaub, der Kenner... Aber wenn das diese Sofortdrucker sind, dann können die das meistens. Ähm, wobei das ist wahrscheinlich aus dem Normalen gekommen. Ähm, aber... Kein Hochglanz. Ja. Auf jeden Fall geil. Und ich find's geil, dass du inzwischen bei Ken halt und da mit diesem Mini-Drucker am Polaroid, die hat ja halt auch so spaßmäßig Sachen ausdrucken kannst. Aber auch hier so Momente, ne? Hammerlicht. Hammerlicht. Alles gut. Also, brauche ich gar nichts weiter zu machen. Geile Arbeit. Weiter Konzerte fotografieren. Viktor Schanz. Ja. Und Sticker bei ihm bestellen am besten online. Und vielleicht auch mal in das Buch reinschauen. Und die Musik anhören. Ich höre heute Abend mal die Musik. Ja, mach das mal. Super. Ja. Ich ziehe nur noch einen hier. Danke Viktor. Dankeschön.